Im Moment wird heute bekannt, dass es den öffentlichen Transport gratis ist, aber wohl so wichtig wie gratis öffentlichen Transport ist, aber dass das Angebot besser geht und auch für Investoren und Regierungen, genauso wie die Viertrunden, eben konsequent und nicht von euch persönlich ganz wichtig, und ein besseres Angebot sowohl was den öffentlichen Transport angeht, wie auch was als Radwehr angeht.